Der dfsk fengon glory steht auf 220 t aber es ist kein 2,2 liter motor drin wenn du dich mal kurz vorstellst hallo ich bin christian klein und smart service in saarbrücken ja genau wie es der name schon sagt dass man mit vermutet wird ein 2,2 liter maschine sein was ist ein 1,5 liter turbo turbo vier zylinder der turbo turbo vier zylinder ja es ist ein crossover würde ich fast sagen das ist so eine mischung aus einem ich sag mal aus der limousine und einem suv ja wohl genau richtig von der form her hinten abfallend also kann man sagen suv coupé ja zweirad oder vierrad zweirad frontantrieb und antrieb ja er kommt aus china tatsächlich so die form sprache wenn man so hinten guckt kamen kunden auch schon auf andere ideen oder was das sein könnte ja genau richtig das ähnelt einem deutschen hersteller okay das lassen wir mal offen jeder darf das mal zeigen wir gehen mal kurz drum um heute probefahrt ganz wichtig ja was bemängelt wurde bei dem fahrzeug war der spritverbrauch die leute haben gesagt ja so um die zehn elf liter herstellerangaben sind da aber man muss fairerweise dazu sagen das hängt auch davon ab wie ich fahre und zwar wesentlich und das ist korrekt genau richtig als kann das bestätigen ist das fahrzeug ist noch neu und ich lag bei knapp zehn liter verbrauch jetzt habe auch autobahnstrecke gefahren und hatte auch die klimaautomatik noch zusätzlich mit an ja das fahrzeug kostet netto plus mehrsteuer um die 22.000 wir gucken uns gleich mal an es kostet so um die 26.000 brutto wir schauen uns gleich mal die co2 effizienzwerte an 16 prozent mehrsteuer gibt es demnächst ist noch mal ein ticken billiger das ist korrekt genau da kann man immer die nächsten drei prozent einheimsten also das ist ein fahrzeug so um die ich sag mal brutto 25.000 euro da gibt mal einiges geboten denn es hat wirklich viel ausstattung fürs geld ja das ist korrekt also man kann sozusagen sagen es hat eine voll ausstattung in dem sinne also mangels an keinerlei ausstattung ja die leute die das fahrzeug schon mal gefahren haben was haben die gesagt die waren begeistert also vom fahrverhalten her auch was das abrollgeräusch angeht die laufkultur des motors also sie waren sehr überzeugt davon das heißt wenn ich jetzt so ein typischer typ bin ich fahre sowieso nur ich sag mal zum beispiel meine frau die fährt nur zwischen 4 und 5.000 kilometer im jahr da ist das thema glaube ich schritt verbrauch gar nicht so das ganz entscheidende weil sie fährt noch von a nach b ja die chinesen hätte man das gedacht dass die das können in erster linie nicht aber sobald ich das auto gesehen habe war ich von der anderer meinung ja nicht nur sehen sondern auch fahren das ist ja ganz wichtig full led ist eingebaut das ist korrekt vorne wie auch hinten beim fahrzeug gucken uns mal ganz kurz mal die co2 effizienz an ist es g und wir haben ein gewicht von 1665 kilogramm er tankt super e5 oder auch e10 nehme ich an oder die zehn kann man auch tanken zehn kann man auch tanken 11,8 liter kombiniert außerorts um die zehn liter und das ist allerdings so ein rechenspiel sage ich jetzt mal mit knapp über 200 gramm also ich guck mal gerade was normal co2 war effizienz 200 und 71 gramm pro kilometer so ist es da muss es echt mal wirken lassen wenn du gerade so lieb ist die zündung mal kurz an machst dass man mal das licht mal kurz sieht vorne so und das ist dann das tagfahrlicht ich nehme an dass das tagfahrlicht vollautomatisch umschaltet es hat ein lichtsensor wie auch ein regensensor mit drin vollausstattung heißt in dem fall ist okay erst mal du darfst noch mal kurz ausmachen wenn man so lenkrad und so sieht das kommt einem alles irgendwie bekannt vor also es ist so fahrzeuge werden ja von zulieferern gebaut letztendlich oder entworfen korrekt also das lenkrad sowie auch sagen wir die form des schlüssels erinnert schon an manch anderen hersteller das ist korrekt ich zeige mal gerade die form ist ja witzig so und das ist das hat man gemacht ja der ganz große markt china man sieht also sie haben sich wirklich große mühe gegeben alles ist hier gesteppt das heißt ich habe also wirklich auch eine ganz hochwertige optik definitiv also wir haben überall kunstleder verarbeitet und die liebe ist auch hier im detail was die ganzen zier nähte angeht karbon genau das armaturen mit karbon optik dann klavierlack welcher hier noch verbaut ist dann das große 10,25 zoll touchscreen das werden wir gleich mal sehen so dass wir das mal anfassen und sehen können fußmaten sind mit drin ja das ist ja so die erste frage erster test vielleicht mal die tür mal zu machen bitte jetzt mal zuschlagen das war einfach mal sehen klingt satt oder ja absolut guter sound und wie ist die saunanlage drin klingt die gut ja wir haben sechs lautsprecher verbaut und ich muss jetzt sagen ich habe über bluetooth die musik stream gestreamt und ja für meine verhältnisse super mach mal hinten auf bitte und verrat mir mal wie groß du bist 1,86 m ist ein coupé nach hinten abfallen steig mal bitte ein hinten vorne habe ich ja schon gesehen da hast du locker platz drin 1,86 m auch hinten ausreichend platz die linie verläuft außen optisch nach unten vorne coupé artig aber hier läuft das ganze relativ hoch schiebedach ja panorama schiebedach elektrisch inklusive sichtschutz rolle welches auch elektrisch funktioniert krass so hier hinten hat man dann auch elektrische fensterheber mit drin steigt nochmal aus bitte zeige ich mal gerade hinten wie es da aussieht wir hatten ja beim letzten mal kamen die gerade vom lkw und das ist so der blick von hinten nach vorne und hier sieht man also ich habe unten noch einen 12 volt anschluss da könnte ich einen zigarettenanzünderadapter dran machen für usb c oder ist direkt drin usb rechts daneben sagt er und das sind so die hochtöner die noch integriert sind und das ist der panorama himmel ja cool er ist auch für mich jetzt so das erste mal dass ich ihn so richtig sehe ja es fängt geht geht auch direkt weiter wir haben hinten die optik so die entscheidem ver die sind noch mal entsprechend maskiert ja genau richtig wobei sich aber links und rechts wirklich zwei kleine endrohre drin befinden ja was das klein also die sind da es sieht auf jeden fall sportlich aus von ihm es hält auch ein klein wenig die optik so der der lack ist okay für dich ja also ich bin super verarbeitet wir haben keine lackmengen irgendwie gesehen also wirklich von der lackierung her in allen farben wie wir sie da haben in weiß rot blau und auch schwarz also wirklich gut lackiert ist jetzt auch schwarz metallik das besondere dabei ist ich habe nicht nur piepser vorne und hinten also einfach ein paar hilfen sondern ich habe auch hinten eine kamera ja genau richtig also da kann man dann bis auf die zentimeter genau noch anfahren dass es dann auch passt ja wie war es jetzt als du das fahrzeug mal mit nach hause genommen hast wie waren die reaktionen von den leuten umwerfend also ich wurde überall darauf angesprochen auf jedem parkplatz habe natürlich auch direkt freunde familie im bekanntenkreis gesagt habe zuerst mal geschwiegen was den preis angeht durfte jeder mal schätzen und jeder lag weit über den preis was er wirklich eigentlich kostet ehrlich ja definitiv also viele vermuteten minimum so ende 30.000 oder sogar bisschen drüber also was die leute mal gefragt haben ob man die signalisierung komplett abmachen kann das geht wäre theoretisch machbar ja die ist nämlich nur geklebt man könnte sie runter machen und es gibt auch schon im internet habe ich gesehen unter das video was wir zuerst gedreht haben da wollten leute schon was anderes drauf machen wenn du mal hinten aufmachst gibt eine besonderheit hier gibt es auch das schild dafür da ist die entriegelung genau richtig wobei das ganze aber auch ganz komfortabel mit dem schlüssel mit dem schlüssel geht das heißt elektrisch voll elektrisch genau auch noch mal beim schließen nur per knopfdruck und dann schließt das ganze noch mal automatisch ja was auch noch mit dabei ist wenn man hinten aufmachst da ist ein richtiges ersatzrad dabei ja seltenheitswert normalerweise heute nur reifen reparatur kitsch hier gibt es ein richtiges ersatzrad mit dabei könnte man auch austauschen gegen den kit also dann wäre der platz noch mal extra da an der wanne unter bodenschutz wurde von euch nachgerüstet sogar die hohlraumversiegelung habt ihr gemacht haben wir alles hier mit der werkstatt bei uns gemacht wenn du noch mal zu machst man kann hinten noch mal getrennt umlegen wenn man kann vielleicht mal rechts mal umlegt dass man sieht so zwei drittel ein drittel so und dann habe ich ein komplett ebenen boden das geht auf der linken seite genauso kann den reinladen platz habe ich genug ja was ist das hier für eine zielgruppe die hier so ein auto will families junge families oder auch normalerweise sagen die typischen stu fahrer auch mittleren alters oder höheren alters also noch mal wir liegen hier bei rund 26 richtig mit der kompletten ausstattung so liegen wir bei 26.580 euro inklusive navigationssystem ist alles schon mit drin so wir fahren mal also ich denke mal es ist zeit zum fahren mach mal am besten alles zu und da gibt es gleich teil zwei die große probefahrt im fengon glory 220 t christian du hast platz genommen du bist ein meter und 86 ein meter 86 das sind schon ganz schön große maße ist es gut absolut also ich habe den sitz auch jetzt ganz hinten auch hinten ist noch genügend ausreichend platz das passt so weit das ist ganz nach hinten den sitz gerade ja für dich von den von den beiden jetzt ja absolut also ich habe genug beinfreiheit kann auch zur not natürlich noch das lenkrad in der höhe wie auch in der neigung verstellen doch mal bitte dass das was man sehen können entweder die höhe anpassen oder kann auch noch hier die minimalen der tiefe das ganze auch noch verstellen jetzt baut ja finger und nicht erst seit zwei tagen autos sondern die machen das schon ein kommunalfahrzeuge werden in china gebaut da haben die große erfahrung mit aber wenn man sich das ganze hier so anguckt also so die nähte und wie das ganze so verarbeitet ist das sieht schon gut aus absolut sehr sehr hochwertig anmachen geht wie einfach nur schlüsse los einfach aufs start stopp drücken und schon startet das ganze das ganze unten haben die klavierlack optik mit drin ich kann die temperatur unterschiedlich regeln für beide genau ich habe eine manuelle klimalage oder auch eine klima vollautomatik die ich dann hier einstellen kann sondern bootet direkt das system das natürlich auf chinesisch oder ganz klar ja aber inklusive deutsch das ist komplett auch da das war so eine frage wenn du mal kannst du bist genau wenn du mal kurz ausmachst ukw radio ist mit drin ja genau so wie auch bluetooth streaming navigationssystem auch auf deutsch und ein tolles gimmick was viele deutsche hersteller nicht direkt haben ist als fahrhilfe eine sogenannte dashcam die schon mit integriert ist wo ist die die ist hier vorne integriert speicherkarte wird rechts eingelegt und die kann ich dann einstellen ob sie im zwei drei oder fünf minuten rhythmus das ganze in endlos steifer mit filmt echt die ist schon drin die ist automatisch schon drin ja das ist ja krass da kam doch keiner auf die idee das stimmt also gibt es auch kleine hilfe das heißt wenn das fahrzeug geparkt wird soll es am besten rückwärts eingeparkt werden wenn dann einer von vorne dran fährt aktiviert sich automatisch die dashcam krass ja das lenkrad ist sportlich ist unten ein klein wenig abgeschlacht ja genau das verhilft auch bei großen dementsprechend um gut lenken zu können ich kann auch den sitz elektrisch verstellen komplett in allen möglichen funktionen voll elektrisch jawohl der fahrersitz ist zehnfach elektrisch verstellbar und der beifahrer sitzt vierfach elektrisch hier sieht man dass der look ist so ein klein wenig karbon ich hoffe man kann sehen in der kamera aber auch die integration von dem schirm ist ganz gut navi großes thema ich kann ja auch navigieren übers handy das mache ich zum beispiel aber wenn die leute jetzt intern navigieren würden also es ist auch wesentlich besser sichtbar als das jetzt hier mit der kamera andeutet also egal von welcher seite ich gucke es funktioniert dass das navi das ist schon mal probiert ich habe schon probiert hat mich tadellos an jedes ziel geführt sehr schön zur not kann ich aber auch über das gerät ein mirror screening machen das heißt bei apple gerätes und ganz mirror link das funktioniert oder apple carplay ist auch integriert so geht das funktioniert ja automatik ist mit drin ja sechs gang automatik getriebe wandler was ist das ja cvt getriebe cvt getriebe das heißt muss ich ein bisschen daran gewöhnen muss man sagen der geht so ein bisschen wie ein gummiband oder genau richtig ein bisschen ungewohnt wenn man smart gewohnt ist aber man gewöhnt sich relativ schnell daran cvt also ihr könnt ja mal googeln ablagefächer habe ich ohne ende war was ist hier drin damit hier ist ein separates ablagefach ebenfalls mit augs anschluss oder auch noch mal usb schnittstelle ja alles drin große handschuh fahrer ist mit dabei ich habe ein multifunktions lenker mit dabei ich habe alle wichtigen funktionen touch vorne ja komplett hat also eine klavierlack optik und natürlich auch das full touch display hier vorne man kann es super leicht reinigen denn es ist alles eben das ist schon gut ich habe keine tausenden von nischen und ecken also moment suche ich noch den haken es ist wahrscheinlich vielleicht ein bisschen der spritverbrauch wo die leute gesagt haben ja um die zehn liter das ist nicht mehr so ganz zeitgemäß man muss auch fairerweise sagen wir liegen hier beim nettopreis von 22 brutto so um die 25 26 bei dem mehrverbrauch einige kilometer dann fahren bis ich dann sage ich mal was in anführungszeichen drauf gezahlt habe ja also es gibt ja leute wenig fahren das ist so gut das thema umwelt kommt ja immer mehr aber wir liegen so um die um die zehn liter muss man offen sagen also ich denke mir da kommt auch jeder selber drauf multifunktionslenker ist mit drin eine huppe hat es mit drin ist auch ziemlich laut als alles drin ist ein richtiges auto der ja dann fahr mal los also du hast mir schon erzählt das fahrgeräusch ist ultra leise was hast du jetzt gemacht das war die elektronische handbremse inklusive auto hold funktion das heißt wie ein berganfahrhilfe dass er automatisch am berg wenn man stehen bleibt nicht zurückrollt so eine art hill holder es hat sogar eine berg abfahrhilfe korrekt genau die findet man hier die aktivierung hat man auch noch hier der parksensoren oder auch im winter dann den schneemodus dass die übersetzung ein bisschen geändert wird esp drin jawohl abs auch airbags mehrere front airbags seiten airbags inklusive kopf airbag system kopf airbag jawohl ist integriert in den seiten airbag ich frage mich gerade ich frage mich gerade hat aber bestimmt keinen keinen spurhalteassistenten oder das hat er nicht nein jetzt habe ich etwas gefunden was negativ ist aber ja gut das ist aber auch eine frage viele schalten den sowieso direkt ab ja das ist so spiegel elektrisch ja elektrisch verstellbar wie auch beheizbar der rückspiegel blendet ab automatisch ja genau ebenfalls hat wo wo ist jetzt der haken der haken ich habe auch lange gesucht wenn dann ist es wie gesagt maximal die ein paar liter mehr verbrauch wenn man das als haken sieht ja gut da fahren wir los so ich will also über den wähl hebel dann kann ich noch es einstellen das ist wahrscheinlich dass die schaltung ein bisschen sportlicher kommt das ist die manuelle schaltweise über tipptronic ich kann das ganze hier im vollautomatik modus betreiben ich kann aber auch den schalthebel nach rechts und mit dann im sogenannten sport modus kann dann aber selber schalten ok das hast du mich am berg oder genau richtig wenn ich das denn will am anfang macht man das sowieso immer und spätestens nach dem tag macht man schon gar nicht mehr ich bin ein fan von vollautomatik automatik ist immer mehr im kommen das ist ganz klar das heißt also die leute fragen nach automatik bei smart gab sie in automatik oder oder gab es noch schalter seit 2014 gab beim neuen modell gab es auch schalter ganz normal klassisch mit kupplung nachteil ist von so einer ganz hellen tagesbeleuchtung hier von der sonne man sieht dich kaum aber das ist nicht so schlimm denn wir können nämlich jetzt schiebe dach auch machen das machen wir nämlich jetzt mal auf das ist nämlich auch noch elektrisch ich kann das dach eröffnen wenn ich will ja ebenfalls ebenfalls elektrisch so und jetzt bist du schon wieder zu sehen jetzt einmal entweder nur hinten kurz oder komplett ausfahren genau schon kommt frische luft ja das große thema du darfst wieder zu machen was sonst wird man klein wenig zu hell hier vorne habe ich auch ein windabweiser mit drin das ist integriert ich kenne dieses lenkrad irgendwoher ich will es nicht sagen woher aber das kommt mir sehr bekannt vor hat wahrscheinlich einen ähnlichen zulieferer gewählt ist sehr leise also wir unterhalten uns jetzt gerade wir fahren jetzt wie schnell fahrer 50 50 genau die hier ist zone 30 fahrer ein bisschen langsamer das gibt es direkt wieder hier ist nur 30 ergleitet oder absolut also wirklich sehr sehr überrascht auch sehr sehr leichtgängig wenn man jetzt mal holt die 1,6 tonnen vom gewicht her dachte das wäre ein bisschen schwerfälliger also fährt eigentlich super wenn man so nach hinten guckt ist schon schon riesig den platz den man hat muss immer erwähnen den preis dazu es ist ja so eine sache preis leistungsverhältnis her ist schon witzig zumal man fährt ein auto was nicht jeder fährt oder das ist absolut richtig also viele gucken vermuten anderes fahrzeug rein von der optik oder von den leuchten ja und sind überrascht bild des fahrzeugs ist weil es so unbekannt ist so der kühler vorne hat so ein bisschen was von mercedes benz habe ich so mit dem mit den mit den diamanten vorne drin so ein kleines bisschen war ich meine jetzt wenn die mercedes-benz-leute sagen das kann man ja nicht vergleichen aus china wobei mercedes benz auch beteiligt ist bei ich glaube bei dfsk oder bei fengon nee bei bike bei bikes sind die beteiligt also also nicht nicht bei dfsk in china läuft ja unglaublich viele moment volkswagen hat eigene werke also man kann den chinesen nun wirklich eins nicht nachsagen dass sie keine autos bauen können denn die fahrzeuge die in china gebaut haben für den chinesischen markt gibt es schon ewig das ist richtig also das ist mittlerweile weit davon entfernt von einem reinen kopienmarkt also das machen die mittlerweile mittlerweile eigentlich sehr sehr gut ja es gab ja mal vor jahren dann die komplette fahrzeuge kopiert sogar mit mit schild und allem drum und dran hier hat man einen eigenen namen klimaautomatik ja genau klimaautomatik ist mit drin ist echt leise wir fahren mal kurz auf die autobahnen also das machen wir sind jetzt in güdingen in saarbrücken ihr seid hier in saarbrücken du selbst bis smart mann gewesen immer oder bist du neuer war nee ich bin jetzt im 13 jahr bei smart echt richtig du bist wie alt ich werde 37 ok das heißt du bist mit als zwölfjähriger schon zu smart gefühlt schon ewig und immer ja jetzt ohne witz wenn man da jetzt nur smart gewohnt das hat jetzt mal ein neues produkt was man jetzt vermarktet du warst auch gespannt am anfang absolut also ich komme aus erster linie gar nicht vorstellen zu welchen preis kommt mit der ausstattung war natürlich schon beim ersten mal eine umstellung vom fahren wenn man nur zwei meter 69 gewohnt ist aber ist auto fahren ist verlernt man das ist ganz ganz simpel man kommt sehr gut zurecht so jetzt habe ich hier vorne genau wir fahren am besten mal rechts runter da fahren wir mal richtung sankt ingbert genau war ich hier rechts genau ich habe nämlich was vor da ist nämlich so eine kleine strecke da darf man ein bisschen schneller fahren die habe ich hier auf der anderen seite nicht ich will mal hören wir ob er denn brüllt so ein brüllwürfel ist auf der autobahn oder ob er so ähnlich wie ein twingo im fünften gang leise ist nee das war spaß und ich hatte mal ein twingo autobahn gefahren also ich liebe twingo aber ist echt ein stadtauto für die autobahn zumindest den den ich hatte der war laut der nämlich hinten ist du du weißt die stelle ich meine oder ich kann mir vorstellen direkt nach der brücke direkt genau nach der nach der baustelle wo die brücke ist mal gucken was er bringt so die mobiltelefonverbindung habe ich mit drin bluetooth ist mit drin die fahrhilfe ist natürlich witzig rückfahrkamera mit drin klimaanlage mit drin ist alles mit drin ja das zum immer noch sensationellen preis ja ersatzteilversorgung wie sieht es damit aus wenn es irgendwann mal knallt kotwühl kriege ich jawohl das ist soweit gewährleistet natürlich hoffen wir dass es nicht knallt ganz klar aber es kann ja immer mal passieren also dass ein jemand rein fährt oder man hat ein parkrempler oder so irgendwas ihr habt in der werkstatt auch die möglichkeit selbst viele sachen zu machen das heißt ihr habt euch jetzt natürlich darauf eingerichtet habe das fahrzeug aber jetzt erst seit rund zwei wochen genau seit rund zwei wochen konnte es auch nicht direkt anmelden weil dann zuerst die briefe noch fehlten die kamen dann jetzt endlich an währenddessen wo wir gewartet haben haben wir dann die komplette hohlraumversiegelung gemacht und auch unter botenschutz dann nachträglich so jetzt 100 du fährst 100 ich fahre jetzt genau fahre jetzt 100 so man kann in der mitte noch ein bisschen was umschalten was kann man auch umschalten der mitte in der mutter ist so ein kleiner bordcomputer der zeigt mir jetzt an wie lange die fahrzeit schon ist ok meinen ansonsten ob irgendwelche probleme bestehen mit alarmen fahrzeug probleme oder das ganz normale klassische menü was die sprache angeht helligkeit bordcomputer die genau und fahrzeug informationen nochmal ok ok so jetzt bin ich auf die jetzt waren wir 120 120 ist auch zulässig hier ja ja sagt er so du bist knapp drüber jetzt kommt die 100er jetzt geht es über die berühmte pfechinger talbrücke das leitige thema wer hier am saarland ist kennt die brücke und gleich kommt die stelle auf die ich komme ja es leise ist wird wahrscheinlich noch ein ticken leise wo wir oben zu machen aber das machen wir jetzt nicht oder doch machen wir zu ob das überhaupt irgendwas ausmacht ich glaube das ist ein reiner sichtschutz rolle was zufährt also vom gefühl her schon ein bisschen leiser und ich denke jetzt kommt gleich die stelle die sie meinen sondern gibt mal stoff das ist nämlich interessant bei dem getriebe hat nämlich immer die gleiche drehzahl da muss man sich daran gewöhnen oder genau das war am anfang das ungewohnte man wartet auf den schaltvorgang und es kommt keiner in dem sinne hörbar also ist stufenlos geld das getriebe genau korrekt ich kenne das bei entsprechenden anderen anbietern das ist gewöhnungsbedürftig so eine art gummiband effekt wenn man los fährt das stimmt genau man wartet immer bis der schaltmoment kommt und er kommt dann nicht so wie man das erwartet jetzt haben wir 150 und wenn er dann runter schaltet oder ist ja krass er ist schon leise wie fand es wie schnell knapp 100 über 140 150 so er wird uns einer natürlich platz machen wir kommen ja im suv spaß beiseite aber es geht ja auch um leute die gerne mal ich sag mal ein schönes auto fahren möchten das thema preis leistung ganz wichtiges thema ist da bin ich gut dabei absolut richtig genau und wenn man dann cruis auf der autobahn hat ja auch ein tempomat sowie auch ein limiter mit dabei den man aktivieren kann und schenkern sie das ganze von verbrauch auch noch mal positiv aus so wir fahren jetzt 160 knapp aber wir müssen uns nicht anschreien das ist relativ leise hier im fahrzeug also ich verstehe sie gut alles super die lüftungsdüsen okay dann kann man wieder runter spannend also ich finde das gut das thema spritverbrauch das brauchen wir nicht zu verheimlichen das ist so um die 10 11 liter ist nicht mehr so ganz zeitgemäß aber die haben jetzt das erste fahrzeug auf den markt gebracht hier in europa also hut ab muss ich sagen für das geld kriegt man ordentliches auto ein großes auto luxuriös mit natürlich so ein aha effekt ich sag mal so das ist wie immer im grunde genommen ist es wie bei smart man muss es schon lieben oder absolut richtig genau das da haben sie recht es gilt aber für fast jedes fahrzeug hier oben habe ich mal gucken hier oben kann ich dann schiebe dach machen schutz und sichtschutz rollung oder auch öffnung des schiebe dachs oder auch die beleuchtung im interieur ein und ausschalten jetzt muss ich mal direkt mal den test machen weil meine frau wird mich fragen ist da denn ein licht drin ja es ist ein licht drin ich habe nämlich ein volkswagen bus und habe die transportausführung da ist nämlich kein licht drin achte schon das letzte mal gesagt das kann aber nicht wahr sein ein reisemobil umbau für 56.000 euro und er hat kein beleuchtet das ist ein muss bei frauen absolut wie auch diese zeit sind die natürlich auch integriert ist die sitzheizung ist drin ja wohl das ist auch mit drin fahrer und beifahrer sitzfläche wie auch rückenfläche wird dann beheizt ja mal grad gucken hat hinten auch die auffangpunkte für die kindersitze also isofix ist auch integriert ja das stimmt so dürfen wir hiervon ein bisschen umschalten mach mal bitte medien an cool jetzt das normale radio oder auch ganz normal streaming über bluetooth wenn ich eine spotify app habe oder eigene musik auf dem handy dann können wir hier das ist dann der radio center mit 1,7 adios salut genau der fengon das hier ist und noch beleuchtet ja ich denke mal wir haben das auto wirklich schön gesehen sagt mal deinen vor und zunahmen bitte christian klein christian klein vom smart service der brücken smp heißt eure gesellschaft also das ist jetzt mit finger ein bisschen interessant denn ihr wart bisher immer der smart service und jetzt kamen fengern und dfsk und bike b aic auch eine neue marke wir fahren am besten mal ab und fahren dann zurück ja wenn ihr lust habt das auto mal probe zu fahren am besten anrufen in saarbrücken pro fahrtermin vereinbaren ihr habt mehrere kollegen im verkauf ja ich und mein kollege der amiko sind verkauft hätte ich noch am besten anrufen ihr seid doch keine schauspieler man kann euch wirklich anrufen kann pro fahrt vereinbaren muss ich eigenes bild machen jetzt fährst du schwer schwer in die kurve rein ist es beherrschbar absolut absolut beherrscht bei das fahrzeug okay das war spaß ja ich meine man fragt sich so die chinesen ja die können ja viel unter anderem ente süß sauer und solaranlagen bau also im grunde genommen können die chinesen alles also es ist mittlerweile sind die kaum mehr dahinter aber so als erster fahreindruck für dich ausgewachsenes auto definitiv also ich muss sagen war von vielen sachen auch überrascht wie er so in der straße liegt und auch von von der geräuschkulisse her als könnte sein dass die chefin gesagt wir kaufen das nächste auto und ihr so um gottes willen ja wie kann man das noch machen aber ganz positiv wir waren da voll aufgeschlossen dachten wir kannten natürlich die marke nicht bekamen dann die ersten fotos die man sehen konnten und natürlich auch dann mit den ersten vorführer und wir sind hellüft begeistert also hätte ich nie gedacht ich habe mal kurz deinen sitz mal gezeigt ja wenn ich interesse haben in der probefahrt die rufnummer bei euch wie ist die das ist die 0681 968080 an der zentrale oder 0681 9680820 dann kommen sie bei mir raus super ja ich danke herzlich und ja erste probefahrt im dfsk fengon glory 220t auf wunsch auch ohne heck beschriftung aber ist der gag ist eigentlich sie aufzulassen definitiv für die nachbarn ja ich danke herzlich tschüss tschüss